Ja, ich glaube, es ist die beste Zeit fürs Land. Bei uns lässt es sich gut leben. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich bin mobil, beweglich. In den Ballungsräumen ist vieles überhitzt. Ich muss viel Geld ausgeben. Freizeitgestaltung ist es wirklich so einfach in den Städten. Und deswegen glaube ich, ist es gut, dass wir hier in der Region uns top entwickelt haben, Möglichkeiten haben, Schulbildung zu machen, zu studieren. Tolle Betriebe, die hier vieles anbieten. Digitalisierung, große Chancen. Auch die Behördenverlagerung will ich anpacken, junge Leute zurückzuholen aus den Großstädten. Man kann hier Freundschaften schließen, ein Miteinander finden. Ich glaube, bei uns lässt sich gut leben. Man kann sich engagieren in den Städten und Gemeinden. Und so, glaube ich, haben wir tolle Möglichkeiten, das Landleben noch besser zu gestalten. Hier will ich mit anpacken, gemeinsam unser Land voranzubringen.